Wir haben mal wieder eine neue Episode der Grundriss-Show. So ist es. Was hast du denn heute mitgebracht? Wir haben heute einen Grundriss, der sehr, sehr kompakt ist. Und den wollen wir auch genau zur aktuellen Situation zeigen, wo doch auch die Zinsen steigen, die Baukosten sehr hoch sind. Und soll eigentlich auch darstellen, dass man mit wenig Budget und wenig Wohnfläche doch was echt Solides und Cooles bauen kann und planen kann. Ja. Und so quasi für jeden Geldbeutel, wenn man so will. Voll gut. Ja. Bevor wir jetzt reingehen, was waren so die Ansprüche der Bauherren oder was war so deren Situation? Also wie viele Personen ziehen nachher ein? Das sehen wir dann alles. Aber kannst du vielleicht so einen groben Abriss geben, was so die Anforderungen und Probleme waren? Also wir haben ein tolles, großes Grundstück. Das Grundstück sollte nur eigentlich so gebaut oder beplant werden, dass bestenfalls noch der Junge, der Sohn, auch mal drauf bauen kann. Deswegen haben wir es nicht vollständig ausgenutzt. Das ist auch clever. Sehr gut, ja. Das Grundstück ist so groß, dass wir sogar ein Bungalow hätten bauen können, haben es aber dann tatsächlich auf zwei Stockwerke verteilt, um eben Platz zu sparen auf dem Grundstück. Und was ist noch wichtig gewesen? Drei Leute ziehen eigentlich ein. Der Sohn, der ist am Studieren. Das heißt, der ist nur temporär da. Und eben zwei Eheleute ziehen dort ein. Das waren jetzt so die Grundvoraussetzungen. Ja, und den Rest würde ich sagen, zeig mal am lebenden Objekt. Ja, gehen wir da rein. Genau, gehen wir direkt rein. Dann starten wir jetzt mit dem Lageplan, wie immer. Was sehen wir im Großen und Ganzen? Erst einmal das Grundstück. Das ist jetzt für den Laien vielleicht relativ uninteressant, weil es nicht ganz so optisch ansprechend ausschaut, der Lageplan. Aber es soll halt einfach die Lage vom Haus auf dem Grundstück zeigen. Hier die zwei Dachflächen mit der Dachschraffur gekennzeichnet. Darunter liegt jetzt, das ist hier die Garage. Darunter liegt eine Einzelgarage und ein überdachter Zugang, unter dem man auch parken kann. Hat auch einen Kostenersparnisfaktor, dass man halt nicht zwei Garagen, aber da gehen wir nachher noch darauf ein, was es für eine weitere Möglichkeit noch gegeben hätte, Kosten zu sparen. Hier sieht man eine Terrassenüberdachung. Und man sieht auch, dass es eigentlich nur die eine Hälfte vom Grundstück beansprucht. Hier auf der linken Seite ist relativ viel frei. Man hätte das noch ein bisschen mehr stauchen können, aber es gibt auf jeden Fall doch die Option, wie eingangs auch gesagt, dass man hier tatsächlich noch was hinbaut. Ja, das finde ich wirklich auch sehr, sehr sinnvoll. Absolut, finde ich auch. Also das war ein guter Gedanke von vornherein von den Bauherren, zu sagen, ja, wieso nicht, dass man einen Sohn da mal hinziehen kann mit Familie, dann hat man ein großes Grundstück. Das ist irgendwie doch ganz schön. Wenn es das halt noch hergibt und das Grundstück in der Größe findbar ist, sozusagen dann eine gute Idee. Das ist so. Ja, genau. Also heutzutage ist ja schwer, aber das war jetzt in dem Fall im Familienbesitz das Grundstück. Genau. Dann gehen wir mal in den Grundstück, würde ich sagen. Genau. So, da haben wir jetzt den Grundriss. Hier geht es ab aufs Grundstück. Das ist der Zufahrtsbereich. Gegebenenfalls auch noch zwei weitere Stellplätze. Muss man sich ja da ein bisschen absprechen. Aber nebeneinander geparkt werden die beiden Fahrzeuge. Das heißt, hier ist eine in der Garage. Auch die Fahrradfahrer haben einen Platz bekommen. Also die Fahrräder quasi, ja. Und hinten dran ein Lager. Absolut. Also neun Meter im Maximalen hier auch ausgenutzt. Das ist ja die maximale Grenzbebauung jetzt hier gewesen. Das befindet sich in Bayern. Das heißt, mehr geht jetzt auch nicht. Aber, wie gesagt, ich glaube, ganz gut ausgenutzt. Hier der überdachte Bereich. Ich gehe mal ein bisschen näher hin. Ich glaube, dann sieht man es ein bisschen besser. Man sieht diese gestrichelten Linien nämlich dann auch ein bisschen besser. So. Das ist nämlich die, hörst du auf, dich zu bewegen. Das ist die gestrichelte Linie für das Carport. Das heißt, hier ist auch wirklich überdacht der Bereich. Da findet sich auch noch Platz für die Mülltonnen. Man muss jetzt nicht raus im Regen, um den Müll rauszubringen. Das war uns auch wichtig. So. Und jetzt gehen wir mal ins Haus rein. Fängt schon eigentlich an mit der Treppenform, die sehr kompakt ist. Diese gewinkelte Treppe beziehungsweise noch kompakter wäre, wenn das Podest auch noch abgewinkelt wäre. Also gewinkelte Stufen, ja. Somit haben wir aber jetzt, wie gesagt, eine sehr, sehr kompakte Treppenform gewählt, was natürlich für dieses Haus auch wichtig ist, weil wir es ja so kompakt und so klein wie möglich machen wollten, ja. Was waren die Anforderungen? Wohnen, Essen, Kochen. Noch ein Büro oder Schlafzimmer. Ein Bad unten, also voll begehbar mit auch einer Dusche und den Technikraum, ja. Und das Ganze, ja, es ist alles drin tatsächlich. Ja, man muss auch mal dazugucken. Hier oben steht auch mal die Wohnfläche, zuzüglich der Technikfläche. Also reine Wohnfläche sind 62,80 Quadratmeter. Das heißt, gut gerundet sind wir bei 70 Quadratmeter, die das ganze Haus hat, ja. Die Terrasse zieht man hier jetzt nicht mit rein. Das ist eine andere Berechnungsgrundlage. Aber 70 Quadratmeter befahren wir hier unten, ne? Ja. Genau. Gut, wenn man geht hier rein, hat hier einen trotzdem großen Einbauschrank oder auch nicht Einbauschrank, aber eine Schrank-Gaderobenlösung mit fast drei Meter. Ja. Dann geht man hier eben optional mit einer Glastür oder auch offen, das haben wir jetzt als offene Variante gezeichnet, in den Wohnraum, um auch gleich wieder eine schöne Sichtachse zu gewährleisten, dass man eben reinkommt und direkt in den Garten rausgucken kann, ja. Das ist immer, ja, schön, wenn man sowas mit berücksichtigen kann, ja. Oben eine relativ großzügige Küche. Anfangs war es gedacht, dass man vielleicht auch eine Speisekammer noch mit integriert. Die wäre dann als Option hier mit angeschlossen gewesen. Ah, okay, ja. Dann ist klar, dadurch wird die Küche ein bisschen kleiner. Ja. Man muss sich das wirklich überlegen, weil eine Küche, eine schöne große Küche, kostet auch wirklich deutlich mehr als eine kleine Küche und eine Speisekammer. Das ist so. Ja, weil Küchen sind wirklich nicht zu unterschätzen. Also da gleich ein Tipp vorneweg. So bei Küchen in der Größenordnung, da kann man schon mal, geht es auf jeden Fall in den, ich würde sagen so um die 15.000 Euro erst einmal los. Ja, ja. Kommt immer auf den Anbieter natürlich an, auf die Materialitäten und so weiter. Aber wie gesagt, große Küche, großes Volumen. Ja, aber ich finde es hier eigentlich schön gelöst, weil es halt so der offene Bereich ist, ne, und du schließt es halt nicht direkt wieder mit einer Tür und Wand ab. Sehe ich auch so, ja, genau. Klar, kommt natürlich dann auch wieder auf die Kosten an. Genau, und ich finde aber prinzipiell, hast du absolut recht, es erweitert einfach den Küchenraum ein bisschen. Dadurch, weil man hat ja trotzdem auch Abstellfläche jetzt in Form von den Hochschränken oder hier dann eben die Kühlschränke. Da waren zwei gewünscht. Und somit hat man einfach ein bisschen mehr Spielraum und ein bisschen mehr Gehfreiheit oder Beinfreiheit. Ja. Den Technikraum, der ist natürlich jetzt mit sieben Quadratmetern relativ kompakt. Mir ist bewusst, dass er kompakt ist, aber ich weiß auch, dass es geht. Und sollte der ein oder andere Hausanbieter sich etwas schwer tun, kann man mit mehreren Möglichkeiten arbeiten. Einen die Tür schon mal nach außen aufgehen lassen, spart man ein bisschen Platz. Oder optional einen der beiden Schränke, also diese Schrankreihe nochmal wegnehmen und nochmal versetzen. Das war die Option, die wir uns offen gelassen haben, falls es wirklich Probleme gibt. Was die Küche dann nicht so extrem verkleinert, dass es schwierig wird, aber den Technikraum vielleicht so, dass es passt. Genau. Obwohl ich muss sagen, sieben Quadratmeter, das geht. Er ist ja auch gut geschnitten. Genau. Also er hat ja jetzt nicht einfach nur eine längliche Form oder so, wo man dann Probleme hat, sondern ist ja vom Schnitt genau richtig. Genau. Also da geht es auch wirklich darum, wie ist die Form vom Technikraum. Und mit so einem fast quadratischen Raum können die in der Regel schon gut umgehen, die Hausanbieter. Warum da vorne? Ist eigentlich klar, vorne zur Straße. Jetzt in dem Fall haben wir zwei Straßen. Das hätte ich jetzt vielleicht vorher eingangs noch sagen sollen. Wir haben das Grundstück grenzt an zwei Straßen. Wir haben es aber jetzt in dem Fall an die Anschlussstraße, dort wo auch reingegangen wird und reingefahren wird. Und dort liegen auch die Anschlüsse. Da ist ja immer sinnvoll, den Technikraum so nah wie möglich dahin zu platzieren. Auf jeden Fall sinnvoll. Es ist jetzt halt eine Leitung, die dann mehr verlegt werden muss. Also es geht auch anders. Aber wenn es gut machbar ist und gut umzusetzen ist, dann legt man eine Leitung. Das ist aus Kosten sich schon wieder sinnvoller. Genau. Wir wollen ja hier jetzt in dem Fall auch deutlich Kosten sparen, deswegen auch das in Betracht ziehen. Gut. Dann eben, wie gesagt, hier unten einen schönen Esstisch. Auch der ist nicht allzu klein. Das sind 1,80 Meter mal 80. Den könnte man auch noch ein bisschen verlängern. Man sieht also, das findet trotzdem eine Acht-Personen-Mannschaft da Platz. Was haben wir machen müssen, wo ich ja eigentlich nicht so Fan bin davon, muss ich auch dazu sagen, ist jetzt hier ein schräger Eingang in den Raum, also ins Büro oder Schlafzimmer. Warum? Wenn da jetzt hier eine Ecke gewesen wäre, hätten wir hier eine Kollision. Dann würde es da eng. Genau. Hätten wir die Ecke weiter runter gesetzt. Also hier hätte man dann die Wand gerade gezogen, den Eingang von oben. Dann hätte man den Schrank nicht mehr reingebracht. Also ich lasse mir das eingehen, wenn man es sehr kompakt plant, dass man mal auf so eine schräge Wand vielleicht auch, dass man die in Kauf nimmt, sagen wir es mal so. Was jetzt aber hier auch sehr stimmig wirkt. Absolut. Und was mir wirklich gut gefällt, ist halt, dass der Wohn-Ess- und Kochbereich jetzt mal nicht 50 Quadratmeter hat oder mehr. Ja. Was man ja oft in Grundrissen sieht, sondern dass es mit 36, 37 Quadratmetern ja schon wirklich kompakt geplant ist, aber alles drin ist. Und ich finde es auch schön, dass es halt diese verschiedenen Bereiche wieder, also du hast jetzt nicht alles nur in einem, also eine große Fläche, was ich immer, also bin ich kein großer Fan von, muss ich ehrlich sagen. Ja, es hat einen Führen wieder, ich verstehe aber, was du meinst. Es hat einen Führen wieder, aber ich weiß nicht, mir gefällt es immer ein bisschen besser, wenn es halt schon abgetrennte Bereiche sind, die schon miteinander zusammenhängen, aber die auch klar für sich getrennt sind. Und das finde ich, hat man hier sehr gut. Ja, oder hier genau. Genau, so ein L oder sowas wie hier jetzt, das ist halt schon so eine, weil wenn du im Wohnzimmer sitzt, dann hast du schon das Gefühl, du bist, glaube ich, schon weit weg von der Küche und hast es jetzt nicht direkt im Blick immer, was da passiert. Das ist so, ja. Durch diesen nicht ganz geraden Gehweg hier, durch die mehreren Kanten und Brüche, die jetzt hier im Raum entstehen und auch eben diesen Vorbau hier. Ja. Den haben wir ja nur auf einer Seite. Ähm, entsteht so ein bisschen ein anderes Raumgefüge, dass es nicht nur ganz gerade ist. Ja, und das hängt alles zusammen, ist offen, aber es ist trotzdem auch so abgetrennt, dass man nicht das Gefühl hat, dass der Raum dann unruhig wirkt, wenn in einer Ecke was los ist. Genau. Was man in einer anderen Ecke jetzt aber nicht haben möchte zum Beispiel. So ist es. Das war auch unser Gedanke, dass man trotzdem ein bisschen Privatsphäre schafft und ich glaube, das war, oder ist uns jetzt ganz gut gelungen in dem Fall. Was wichtig zu sagen ist, ist hier das Büro. Also, das ist natürlich ein Punkt, also da kann theoretisch wirklich noch jemand drin wohnen, wenn man sagt, Büro ist vielleicht hinfällig, ja. Mit Corona entwickelt sich das jetzt wieder in die gegenläufige Richtung, dass man mehr ins Büro wieder geht. Da freut man sich auch zum Teil drüber. Nichtsdestotrotz findet hier auch pink drunter eingezeichnet ein großes Doppelbett seinen Platz, ja. Und das Ganze ist auch noch auf Barrierefreiheit abgemünzt. Das heißt, wir haben hier überall rings ums Bett auch noch die 90 Zentimeter, ja. Das könnte man, wenn einem das nicht allzu wichtig ist, auch ein bisschen noch runterschrauben. Dann hätte man einen Tick mehr Wohnraum oder einen Tick mehr Flurbereich, ja. Ah, okay. Genau. Was wäre so das allermindeste Maß, wo man sagt … Das mindeste Maß hier seitlich vom Bett sind 60 Zentimeter. Okay. Vorne am Bett würde ich eigentlich bei 80 Zentimeter bleiben, ja. Also das ist … Aber weil man ja trotzdem … Man muss sich selber überlegen, wie man ins Bett geht. Vielleicht geht man nicht oder wäre es nicht so tragisch, wenn man nicht genau bis vorne an die Kante geht, sagen wir es mal so. Also deswegen sind die 60 Zentimeter gerade so Grenze. Es ist nicht viel Platz, muss man aber auch sagen, ne. Ja, ja, klar. Aber ich finde schon so kompakt, wie man halt hier planen kann, ne. Genau, genau. Aber ich würde sagen, trotz der Kompaktheit haben wir die 90 Zentimeter eben überall einhalten können, ja. Ja. Also da würde sogar noch ein Runterschrauben der Fläche funktionieren, ja. Genau. Warum haben wir das gemacht? Das Pärchen ist nahezu im Rentenalter, noch nicht ganz und möchte sich aber vielleicht die Option offen halten, dass sie dann auch in der Zukunft auf einer Ebene wohnt, was ja jetzt auch durch das ausgebaute Bad mit Dusche optimal möglich ist. Also hier würde das Schlafzimmer stattfinden, hier dann der Schrank deswegen auch, deswegen war das auch eine Voraussetzung. Und eben das Bad hier mit begehbarer Dusche, auch hier sind überall die 90 Zentimeter eingehalten für die gute Geh- und Bewegungsfreiheit, ja. Bad finde ich auch top. Top, ne? Ja, also mir gefallen so länglich angeordnete Bäder extrem gut, weil du kriegst dann halt auch eine Dusche in der richtigen Größe rein, Waschbecken und WC nebeneinander und so weiter und dann, mehr brauchst du da ja nicht. Eigentlich nicht, ne. Also das ist völlig ausreichend und ist alles drin, was du brauchst. Ja, und das mit Schlappen. Ja, genau, auf einer Fläche von vier Quadratmetern, also das ist top. Ja, also ich finde auch, und die Dusche ist nicht mal klein, ne. Ja, ja, genau, die ist ja riesig. Doch das, wie du sagst, ne, dass man den Raum, wenn man den schmal macht, dann ergibt sich's eigentlich automatisch, dass man sagt, man nimmt wirklich so eine begehbare Dusche, die zieht man über die gesamte Raumbreite. Ja. Dann hat man eine tolle, große Dusche, das ist jetzt hier ja mit Sicherheit, es müssen 1,55 Meter sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Also optimal, ja. Das ist wirklich perfekt. Und das ist das, was ich, oder wo ich so den größten Unterschied zu so Standardkataloghäusern sehe, weil da sind Bäder halt. Gott, Bäder sind schlimm, ja. Bäder sind immer, du hast in der Mitte so viel Fläche, die in der Mitte, du stellst ja keinen Schrank in die Mitte und nix. Ja, das sind so Tanzräume, ne. Ja, du hast komplette Tanzsäle, die, weiß ich nicht, es ist einfach nur, ja, Platz verschwendet im Endeffekt. Und deswegen, denk mal über ein längliches Bad nach. Ja, das kommt auch öfter und auch mit Bauern habe ich das Thema öfter, aber wie du sagst, ich finde auch ganz klar, das ist wirklich ein Riesenmanko bei den Kataloghäusern in Anführungszeichen, ja. Wenn man wieder nur drauf schaut, oh, ich will gerne ein großes Bad mit 15 Quadratmeter oder keine Ahnung. Braucht es überhaupt nicht. Aber am Ende, wie du es überhaupt dann aufteilst, wie du es nutzt, ist eine ganz andere Geschichte. Also 15 Quadratmeter Bad, kann ich gleich mal ganz kurz dazu sagen, ist völlig übertrieben, außer man hat das im Gesamten sehr groß, also es muss zum Rest passen, ja. Ja, genau, es muss immer passen. Ja, wenn ich ein ganz großes Haus habe, dann ist es sehr schön, aber jetzt in dem Fall, manchmal ist kleiner und feiner besser. Ja, absolut. So wie hier. Jetzt bin ich gespannt, was oben ist. Ich auch. Ganz kurz noch ein paar Worte zu den Ausgängen, haben wir halt die noch hier und hier, die Hebe-Schiebe-Türe. Ich denke, hauptsächlich benutzt wird diese. Ja. Gegebenenfalls könnte man auf diese verzichten, muss man auch. Wollte ich gerade sagen. Würde auch nochmal 2.000 bis 3.000 Euro sicherlich einsparen. Auf jeden Fall, genau. Wir haben es mal mit reingenommen. Das ist auch so eine Option, wenn wir planen und dann fertig sind mit der Planung, geben wir dem Bauherrn immer noch ein paar Punkte mit an die Hand, wo wir sagen, also wenn eine Einsparung der Kosten noch stattfinden soll, dann vielleicht da anfangen, da, 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 da. Also, dass man so ein paar Punkte gibt, wo man sagt, okay, da tut es nicht weh und da kann man schon mal noch am Preis runtergehen, ja, oder mit dem Preis runtergehen. Gut, dann gehen wir mal nach oben. So, das ist natürlich immer diese große Datei. So, jetzt haben wir es. Wir sind da. Ja, also, wir haben natürlich relativ viele Räume, die wir auch erschließen müssen. Demnach ist der Flur trotzdem recht kompakt, muss ich sagen, mit sechs Quadratmeter. Okay, wir gehen mal nach oben und finden uns jetzt hier mal oben in dem oberen Bereich, da haben wir wieder das Thema Bad. Hier knapp zehn Quadratmeter wieder. Man kommt rein und könnte jetzt hier das WC machen und da die Dusche. Oder wir haben es auch explizit so beschrieben, je nachdem. Viele Leute finden diesen Charme-Bereich bei der Toilette gut. Also, das heißt, dass man nicht den Blick auf die Toilette hat. Man könnte das auch tauschen, ja. In der Mitte, hier schön angeordnet, eine große Einbau-Badewanne. Das könnte auch als freistehende Badewanne funktionieren. Denn die freistehenden sind immer einen Tick kleiner, damit die nicht so globig ausgucken. Die schauen ja aus wie so kleine Schiffchen. Die würden da auch noch schönen Platz finden. Und ist auch wieder schön unter dem Fenster platziert, wo man dann auch einen schönen Ausblick hat. Ja, bestenfalls hat man den schönen Ausblick. Und dann natürlich perfekt auch ein großes Doppelwaschbecken mit dem Blick von hinten. Also man hat natürlich eine gute Belichtung durch das Fenster von hinten. Und auch noch die Option mit hier in dem schönen Schrank. Also ich denke... Auch Stauraum im Bad ist ja auch immer unterschätzt eigentlich. Ja, absolut unterschätzt, ja. Und wenn man es nicht im Bad runterbekommt, muss man aber auch dazu sagen, vielleicht muss man deswegen nicht das Bad explizit größer machen, sondern gibt es irgendwo im Flur vielleicht eine Ecke, wo man wieder einen Einbauschrank machen kann. Wenn man dann halt Handtücher und Zeug unterbringt, ja. Genau, vor allem bei Familien. Kann nicht alles nur in diesen Unterschrank vom Waschbecken passen. Das funktioniert gar nicht, ja. Genau. Gut, was haben wir noch? Den habe er auch hier oben. Hier Waschmaschine, Trockner und ein Spülbecken. Auch mal spannend. Wurde explizit so gewünscht oder... Was wurde gewünscht, dass er oben liegt? Ja. Nein, war unsere Empfehlung. Okay. Empfehle ich auch generell jetzt immer mehr, weil ich das einfach auch total sinnvoll erachte, wenn ich keinen Keller habe. Bei Keller ist es eine ganz andere Situation. Und warum oben? Ja, weil oben die Wäsche auch anfällt. Oben die Anschlüsse schon sind. Hier unten drunter liegt die Küche. Da liegt der Technikraum. Anschlüsse sind perfekt gelegt. Somit habe ich da eigentlich kein Thema. Und ja, ich habe kurze Wege. Das ist so, ja. Sehe ich auch sehr, sehr selten. Aber finde ich eigentlich auch eine sehr gute Überlegung. Ja. Und natürlich kommt die Frage dann auch öfter mal, was ist, wenn die Waschmaschine dann schleudert oder was? Ist das sehr laut? Also jetzt hier in dem Fall ist es so gelöst, dass man als Pufferzimmer das Gästezimmer nimmt, wo man sich nicht in der Form dauerhaft aufhält, wie jetzt in den beiden anderen Zimmern. Allerdings kann man da auch mit Schallschutzmaßnahmen arbeiten. Also man kann sich da explizit andere Wandaufbauten dann einbauen lassen, an den angrenzenden Wänden. Oder Türe. Oder Türe auch. Wobei man ja auch sagen muss, es ist ja schon im Hauswirtschaftsraum von einem selber abhängig, wann da Geräusch produziert wird. Also ich muss ja jetzt nicht nachts um zwölf die Waschmaschine anmachen. So ist es. Von dem her kann man es ja zu Zeiten machen, wo man jetzt von der Geräuschbelastung nicht wirklich braucht. Ich habe das Thema eher, wenn man nebendran arbeitet, hatte ich jetzt noch ganz aktuell, wenn da ein Büro nebendran wäre, dass man dann nicht gestört wird. Oder direkt drüber, aber auch das ist ja hier nicht der Fall. Genau. Also von dem her. Genau. Also da ein bisschen gucken, aber wie gesagt, man kann mit solchen einfachen Maßnahmen dann auch gegensteuern. Hier Gästezimmer war auch gewünscht noch. Hätte auch, könnte jetzt auch ein Ankleidezimmer sein oder ein Hobbyraum oder, oder, oder. Aber es ist auf jeden Fall nochmal knapp sieben Quadratmeter. Ist nicht die Welt, das ist uns klar. Aber es reicht. Man sieht es ja auch nochmal an der gestrichenen Linie ganz leicht, ja. Dass man die Couch auch ausziehen kann und dann entsteht ein ganz normaler Bettbereich. Der ist halt von vorne begehbar. Ja. Oder das Bett ist nur von vorne begehbar. Aber es reicht, wie gesagt, für einen Gast auf jeden Fall. Oder für zwei Gäste sogar. Genau. Schrank haben wir auch noch. Hier mit 60 Zentimeter drin. Dann gehen wir hier raus in den Flur, in das Kinderzimmer. Wie gesagt, da wohnt der Sohn, der ja in der Regel nicht da ist. Mit Schreibtisch, Bett, auch nochmal großer Schrank. Also eigentlich alles auf zwölf Quadratmeter drin, was man halt so haben muss. Auch wie der Einbauschrank in der Nische. Ich liebe das doch auch. Nee, ist doch top. Ich werde auch immer drauf angesprochen. Und gerade wollte ich sagen, Schlafzimmer gefällt mir jetzt hier auch sehr gut, weil es halt auch wieder nicht der Riesentanzsaal ist, sondern wirklich wieder das drin ist, was notwendig ist. Man könnte jetzt ja sogar, wenn man sagt, man würde jetzt eine Ankleide oder so vermissen, das ja wirklich noch mit dem Gästezimmer kombinieren, falls es dann gewünscht wäre in der Hinsicht. Also auf jeden Fall. Denn der Gast bringt in der Regel nicht so viele Kleidungsstücke mit, dass er den ganzen Strang füllt. Das heißt, man kann da seine eigenen Sachen aufstauen oder aufbewahren oder auch Sachen vom Bad natürlich. Das ist ein bisschen der Ersatz auch für den Keller. Das ist natürlich wichtig, weil der ist ja kein Keller jetzt hier in dem Fall. Und noch dazu die Ausziehtreppe, die dann in den Dachraum noch reinführt, wo man dann auch nochmal eine kleine Lagerfläche hat. Ja, also falls ihr sagt, ein Ankleidezimmer ist absolutes Muss, dann wäre hier das Gästezimmer. Genau. Glaube ich schon ganz sinnvoll. Dann habt ihr so Stauraum und Ankleide. Also dann würde man halt das Gästezimmer dafür opfern vielleicht. Aber die Möglichkeit wäre auf jeden Fall da, das auch anders zu nutzen. Absolut. Im Hinblick auch dahingehend, dass wir unten das Büro haben. Und das Büro ist so groß, dass wir auch eine Schlaf- oder Ausziehcouch auch unten mit reinbringen würden. Und dann, wenn es sich irgendwo mal tauscht, dass man unten schläft, na ja, dann hat man ja unten auch den Schrank und dann den Garderobenschrank. Also es ist für alle Eventualitäten eigentlich vorgesorgt, sagen wir es mal so, ja. Ich muss auch sagen, ich finde, das muss sich jeder natürlich selber belegen. Aber dieses Pärchen, das jetzt da baut, die sind auch in einem fortgeschrittenen Alter. Die Frage ist wirklich, ob man das, wenn man jetzt, sagen wir mal, Mitte, Ende 20 oder auch Mitte 30 ist, ob man den Case immer so durchziehen oder immer durchspielen muss. Also ich finde es gut, wenn man sich vorbereitet fürs Alter. Aber wenn man wirklich noch sehr jung ist und dann, es ist immer vielleicht ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Ja, man weiß ja nicht, was noch so ansteht und passiert. Und ob man dann nicht doch noch mal woanders wohnt im Alter und so weiter. Aber ich finde es schon auch sinnvoll, darüber nachzudenken, wie sind denn andere Nutzungsmöglichkeiten. Und gerade so dieses Thema Büro später mal zu einem voll funktionellen Schlafzimmer auszubauen oder umzubauen, das ist auf jeden Fall sinnvoll. So sehe ich es auch. Jetzt keine riesen Action deswegen machen, aber eben, wenn man ein Büro eh hat oder einen Raum unten, den man braucht, generell immer, dann kann man den so funktionieren. Und dann ist das Bad entsprechend unten auch so, dass man halt wirklich auch duschen kann. Dann ist es ohne weiteres möglich. Was haben wir hier für einen Kniestock? Oder sind es zwei Folgeschosse? Das sind zwei Folgeschosse, genau. Das sieht man jetzt auch von außen. Wir haben hier auch keinen Bebauungsbau, muss man dazu sagen. Ach, aber ich möchte jetzt unbedingt noch, weil da sind wir auch echt extrem stolz drauf, auf die Wohnfläche eingehen. Das wollte ich jetzt gerade auch noch mal sagen. Und weißt du, was das eigentlich, wir haben jetzt 130 oder was? Nicht mal 130, 125 oder 125. Also man sieht einmal, es ist wirklich möglich. Und was jetzt aber für mich gerade so der Bruch war, dass es ja wirklich auf Bodenplatte ist. Ja. Also dass du sagst, okay, ich kriege 125, 128, was auch immer, wirklich auf Bodenplatte unter und habe eigentlich alles drin mit einem Kinderzimmer. Ist jetzt immer die Thematik, natürlich, wenn du jetzt drei Kinder hast, wird es natürlich, sieht die Situation einfach anders aus. Das ist ganz klar. Ja. Aber wenn die Situation dazu passt, dann ist es mit 125 Quadratmetern auf Bodenplatte völlig möglich, ein funktionales und gut bewohnbares Haus zu bauen. Absolut. Also ich sage es mal so, wenn man jetzt dem ganzen Haus hier vielleicht noch 20, 30 oder meinetwegen auch noch 50 Zentimeter dazu gibt, in diese Richtung, ja, also die Wandscheibe verändert, dann hier die Wand noch mal ein bisschen weiter runter schiebt, dann hat man zwei Kinderzimmer. Dann hat man zwei Kinderzimmer. Ja, und man ist dann vielleicht bei einer Wohnfläche 135, 140, schätze ich jetzt mal, ja, also rein vom Gefühl, was immer noch super kompakt ist, immer noch auf Bodenplatte. Ja. Und wie gesagt, und deswegen war es uns auch so wichtig, dass wir den Plan heute zeigen, weil es halt einfach so drunter und drüber geht aktuell. Also es geht auch wirklich klein und kompakt und durchdacht. Ja. Ja. Finde ich wirklich spannend, ja. Ja, und auch das Bad, da muss man auch dazu sagen, sollten jetzt mehrere Leute dort wohnen, nicht nur zwei oder drei, ja. Ja, das ist immer noch so geschnitten, dass sich jeder dort, also das, okay, wenn jetzt eine ganze Fußballmannschaft drinsteht, das ist was anderes, aber zu zweit oder zu dritt, man steht sich nicht im Weg durch die Aufteilung einfach aneinander geordnet, jeder hat seinen Bereich. Ja, und man hätte ja unten noch komplettes Bad mit Dusche. Also von dem her ist das ja auf jeden Fall sehr gut machbar. Also ich finde es sehr, sehr spannend, dass das auch so geht, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass viele Bauherren, und da kann man ja auch niemanden einen Vorwurf machen, aber man hat vielleicht erst mal so im Kopf, wir brauchen 160, 170, 180 Quadratmeter. Obwohl man gar nicht so richtig weiß, was, und das ist, glaube ich, wie mit Arbeit auch, wenn du für eine Arbeit acht Stunden Zeit hast, dann füllst du diese acht Stunden auch. Wenn du jetzt aber nur vier Stunden Zeit hast, dann kriegst du es vielleicht auch in der Zeit unter. Und ich glaube halt, wenn du jetzt wirklich sagst, was ist mein Raumprogramm, und wie kriege ich das auf die effizienteste Fläche, die irgendwo möglich ist, dann kriegst du auch einen Platzbedarf von, du könntest dieses Haus auch locker auf 160 Quadratmeter planen, wäre halt jedes Zimmer größer. Aber hast du dann mehr gewonnen? Eigentlich nicht unbedingt. Ja. Also kommt natürlich immer darauf an, was man persönlich will, und das ist ja auch gar nicht falsch, wenn man sagt, ich möchte halt ein bisschen größeres Schlafzimmer oder was auch immer. Ja. Das ist ja völlig legitim. Wenn es der Geldbeutel hergibt, dann ist es ja auch zu empfehlen, dass man sagt, vielleicht macht man es ein bisschen großzügiger. Das ist einfach eine Frage vom Budget auch. Genau. Aber wenn man sagt, ich möchte das wirklich unterbringen und ich habe diese Budgetvorgabe, dann ist es absolut möglich, auch da drin was Gutes zu planen. Hast du perfekt zusammengefasst? Ja. Es ist wirklich so. Also kann ich mich nur anschließen. Und ja, also es geht auch, wie gesagt, klein. Das ist auf jeden Fall die Aussage dahinter. Garage, ganz kurz. Das ist natürlich jetzt schön, wenn die überdacht ist, ja. Das ist aber jetzt eigentlich schon auch eine Situation, gehen wir nochmal nach unten ganz kurz, die jetzt von einem Hausanbieter wahrscheinlich eher gelöst werden muss. Durch diese Überdachung, was heißt ja vom Hausanbieter, aber durch, also es wird jetzt gerade nicht auf eine Fertiggarage rauslaufen oder man lässt sich hier eine Fertiggarage hinstellen. Beides hinstellen. Haus fertig, Garage fertig und dann dazwischen kann man ja eine Überdachung sich dann im Nachgang, das ist ganz wichtig, auch noch einbauen lassen, ja. Das wäre so die Option. Wie gesagt, am kostengünstigsten wäre es dann tatsächlich vielleicht wirklich auf eine komplette Doppelgarage zu gehen, dann sieht die Situation anders aus, das ist klar. Oder halt auf eine Garage, dann kann man die wirklich nur aus Fertiggarage sich hinstellen lassen, das ist dann die kostengünstigste Lösung. Ja, oder halt gar keine Garage und nur den Dachüberstand quasi negazin oder so. Oder so, so eine Art Carport. Carport für zwei Autos. Genau. Ist ja auch vollkommen, also würde mir komplett ausreichen an der Stelle, aber muss man natürlich immer gucken, ich finde es auch gut mit dem Lager, dass man da nochmal ein bisschen Fläche hat. Aber das Lager wäre ja beim Carport auch möglich. Das wäre beim Carport im Endeffekt auch möglich. Genau. Ja, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und Wege, auch da Kosten zu sparen, also da könnt ihr auch uns gerne Fragen stellen. Ja. Oder auch eben das Thema mal im Nachgang oder Prioritäten setzen. Also wie gesagt, uns geht es jetzt heute um kosteneffizient zu planen und da ist auch die Überlegung vielleicht zu sagen, was kann ich vielleicht, in welchen Bauabschnitten kann ich was machen. Ja, also manchmal tut es sehr weh, wenn alles auf einmal kommt und wenn man sich ein bisschen erholt hat und der erste Druck weg ist, dass man dann vielleicht für die Zukunft sich überlegt, aber das bereits in der Planung berücksichtigt, was kann ich im Nachgang noch erweitern, sagen wir es mal so. Ja, genau. Finde ich auch spannend. Und ich finde auch cool, dass man jetzt mal sieht, wie viele Ansatzpunkte gibt es denn eigentlich, so wirklich über die Planung, dieses Kostenthema anzugehen. Ja, genau. Da hast du recht, ja. Es sind so viele Schrauben, die man drehen kann, ne? Ja. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Fassade noch. So, das hängt mal wieder wunderbar. Hier ist noch der Schnitt. Den will ich auch noch ganz kurz zeigen, damit man sieht, hier normale Raumhöhen, dann hier eben ebenso und hier oben die eins, was haben wir, knapp 62, also stehen ist zu schwierig, aber es ist halt der Lagerraum, der Bekannte. Genau. Und dann hier eben noch mal ganz schematisch, das haben wir bewusst auch schematisch gezeichnet, aber jetzt gehen wir auf die Fassade, wie versprochen. Da ist es natürlich so, über Geschmack lässt sich streiten, aber im Prinzip haben wir jetzt gedacht, dass wir die Garage und den Anbau ein bisschen farblich absetzen, damit es ein bisschen eine Raffinesse bekommt, ja. Ja. Genau, und ansonsten, wie gesagt, hier der Anbau mit da dem Schlaf beziehungsweise Büro, hier nochmal das Wohnzimmer, dieser Wohnbereich, hier das Bad unten, das WC, das Dusch-WC und hier das Kinderzimmer und hier das Schlafzimmer, ja. Ja. War uns wichtig, oder dem Bauherrn auch, dass man unten jetzt, also ein bodentiefes Fenster macht, dass einfach viel Licht reinkommt und das ist jetzt hier in dem Fall so gelöst. Genau. Ist ja auch da recht minimalistisch, natürlich, aber auch eine aufwendige Fassade kostet natürlich Geld und da gilt es dann auch zu sparen, ja. Ja. Genau. Aber so ein Anstrich farbig ist wirklich günstig eigentlich. Also im Vergleich zu Holzverschalung oder ähnlichem, ist das wirklich ein Bruchteil. Ja. Also das ist eben, hast du gut gesagt, vielleicht sich zu überlegen, wie kann ich einen Akzent setzen, eben ohne einen aufwendigen Aufbau durch eben so eine Fassadenplatte oder ein Holz oder was, ne. Genau. Hier, wie gesagt, nochmal Wohnzimmer, hier Essbereich und da die Küche, dann hier oben das Gästezimmer und da nochmal das Kinderzimmer. Mhm. Genau. So. Hier die Regenrinnen, die vergisst man auch immer, beziehungsweise die Fallrohre dazu, ja. So, dann hier mal das Haus von vorne. Das ist jetzt die Straßenseite. Erkennt man jetzt auch an der Garage und dem Zugangsbereich. Recht einfach, muss man sagen, ja. Technikraum, natürlich könnte man das Fenster jetzt passgenau auch unter das setzen. Ja. Die Frage ist, ob es der Technikraum braucht, ja. Hier geht es jetzt wirklich rein um Funktionalität, deswegen ist die Fassade jetzt nicht ganz symmetrisch auch angeordnet. Hier geht es wirklich quadratisch praktisch gut, ja. Das ist die Devise. Und hier unten die Küche, da den HBR, den Hauswirtschaftsraum und das ist das Badfenster. Genau. Und dann gehen wir hier nochmal rein. Das ist jetzt der Schnitt quasi durchs Carport, ja. Dann würde man hier hinten drin, das gestrichelte ist die Garage im Rücken, wenn man sozusagen zum Haus steht. Dann hier nochmal der Anbau mit Eingangstür, mit Belichtung, also mit Glaselement würde ich jetzt hier empfehlen durch die Überdachung. Die Überdachung könnte ja auch nicht unbedingt zwingend komplett massiv oder dicht sein, ja. Auch das ist eine Option. Dann haben wir hier das Bad und hier den Flur, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und dann sind wir eigentlich auch soweit durch. Ja. Hast du noch eine Frage? Äh, nee. Nee. Ich glaube, ich hole ja auch immer ein bisschen arg aus. Nee, aber ich fand es wirklich mal spannend zu sehen, okay, Voraussetzungen wirklich sehr kompakt auf Bodenplatte. Ja. Und aber trotzdem auch Kinderzimmer. Wenn es jetzt nur zwei Personen wären, sieht die Situation auch wieder ganz anders aus, ne? Aber so wird es auch funktionieren, wenn das Kind jetzt auch zum Beispiel noch kleiner wäre. Ist ja auch spannend. Genau. Auf jeden Fall. Das wird genau so auch funktionieren, ja. 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 Deswegen sehr cool, das mal zu sehen. Ja, und wenn jetzt du keine Fragen mehr hast, aber ihr schon, dann, wie gesagt, meldet euch gerne entweder beim Flo oder auch bei mir über die Kontaktadresse. Oder schreibt uns einfach hier in die Kommentare. Genau. Wenn ihr Themen habt. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal. Genau. Und Themen auch, die ihr natürlich euch, oder die euch aktuell auch beschäftigen. Also wir können auch auf jegliche Arten oder Anfragen von Grundrissen auch eingehen. Deswegen sagt uns ruhig, was ihr sehen wollt, ja. Das wollte ich noch sagen. Stimmt, das haben wir auch, können wir mal wieder einen Aufruf starten. Genau. Was wir hiermit ja getan haben. Ja, genau. Genau. Nee, wenn ihr da Themen habt, wenn ihr Wünsche habt, dann schreibt uns einfach und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Genau.